Ich gehe zu einer Party hier in Deutschland und kaufe ein Kasten Bier. Wie kann ich das machen, nicht dass die Leute total ausflippen und sagen, nee, das trinke ich nicht. Wenn man hier mit Brust, mit dem Brust macht, stößt man so am Kahn. Bierkund. Bier ist ein Nahrungsmittel, da ist alles drin, was der Körper braucht. Bierkund.